Nichtsdestotrotz, so wie ich uns kenne, hätten wir uns auch gerne da etwas schwerer getan. Ja. Das ist schon. Dieses Objekt heißt, ist eigentlich egal wie es heißt. Hauptsache du hast deinen Spaß. Genieße es so schnell du kannst. Ja, wir kriegen wieder... Ja, Flutti oder wie auch immer man es nennen möchte. Soße. Oh nö, nee, das geht aber nicht. Das ist ein Sprungzeugs, ne? Ja. Also du musst hier wirklich die ganze Zeit die ganzen Wände hier vollkleistern. Ich setze mich mal hier in die Ecke und warte. So, die Ecke bitte auch einmal zumachen. Und das soll reichen? Ich wage es fast zu bezweifeln, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Aber probieren wir es. Würde ich sagen. Ich gehe als erster. Ja, scheint zu reichen. Jo, geht. Doing. Doing. Hüpf. Herrlich. Weiter geht's. Ach nö. Tschüss. Dann ist ein Kubus runtergefallen. Okay. Hm. Oh, cool. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das da mitmachen muss. Na, wer bin ich das anzuzweifeln? Weiß ich nicht. Hm. 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 Ich würde ja als erstes das hier machen. Okay. Du hattest was von Kubus gesagt, da oben, ne? Genau, da oben ist einer. Ähm. Okay. Jetzt könnte man ja rein theoretisch... Ja, das ist das Sprungzeichen. Genau. Das war der Plan. Und jetzt... Jump, jump! Aber das ist was arg früh, oder? Vielleicht musst du dann noch die... Äh... Andere Flutschigel hier vorher drauf verbreiten. Das könnte ich ja mal eben tun. Doch, stimmt. Da oben ist ja noch Platz. Klub. So, und jetzt mal... Ja, ja. Und dann das Sprungzeichen. Oh, klar. So. Das wär ja einfach. Nimm ihn mit. Äh... Ja, und jetzt? Hm. Wie kommen wir da hoch? Hm, ich glaub, ich hab' nen Plan. Erzähl. Da hinten sind noch so zwei solche Dinger. Und das sieht so aus, als müsste man da diese... Genau. Das, was du da gerade hochgemacht hast. So, oder was? Näher, nicht so... Genau. So schon. Und dann können wir nämlich jetzt das hier wieder mit dem hier irgendwie voll machen. Ich... Oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber warte mal. Doch, dann kannst du nämlich da rüberlatschen, da hochspringen, da rüber springen. Das könnte funktionieren. Äh, äh, äh. Du, wie ist vollgesaut. Aber hallo. Hahaha. Ich bist wieder auf den Ring gekommen. Achso. Ja, das ist ja einfach. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und jetzt? Süß, 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 süß. Ah, in die andere Richtung. Rottel. Au, 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 au. Ja, war ich. Nein, du musst von hier aus da hinten gegenrennen. Okay. So, hier, da gegen, dann nach oben. Ja, natürlich. Du hast recht. Du hast ja so recht. Verdammte Tat. Ui. Dung. Einige der nächsten Exponate haben aktuelle Anomans. Bis du dort ankommst, werden sie eher historische Bedeutung haben. Super. Was macht ihr denn noch hier? Oh, die Demontage ist defekt. Oh, oh. Kein Grund zur Sorge. In gewisser, wenn auch für euch unverständlicherweise, ist es sogar lustig. Also, haltet euch bereit. Ich öffne jetzt den Kontrollschacht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Bei euch unverständliche Weise ist das lustig. Cool. Ich sehe dich. Ja, ich werde auseinandergelegt. Jeder der Montagestation ist ein Schalterraum. Findet ihn und schaltet den Strom ein. Ich wollte euch das ja schonend beibringen mit all dem utopischen Kunstmüll. Aber sie hat es nicht zugelassen. Hört mir jetzt genau zu. Wir sind nicht 100.000 Jahre in der Zukunft. Das war gelogen. Es sind 50.000 Jahre. Nein, stimmt auch nicht. Ich lüge, wenn ich nervös bin. Es ist nur eine Woche. Nächste logische Frage. Warum bin ich nervös? Bin ich gar nicht. Noch eine Lüge. Wir stecken in Schwierigkeiten. Eine Woche später jede Menge Schwierigkeiten und ihr müsst unbedingt die Demontageeinheiten wieder in Gang bringen. Okay. Apatel of Science, let's work together. Da ist ein Schalter. Nee, ist ein Exit. Hier ist eine... Oh, ob man da reinkommt. Lass mich durch, lass mich durch. Da ist... Oh, man kann... Hm. Ich mein... Ist ja nicht so, dass man Portale hätte. Haben wir noch irgendwo... Hui. Da ist eine Hand. Eine Hand? Ja. Oh, eine von dir. Ja, könnte sein. I like work. I just hate my boss. Auch schön. Hier gibt es nichts. Aber das sollte man sich vormerken. Wenn es irgendwann mal Erfolge gibt, dann ist da das Radio. Genau. Exit. Da sind die Trennschalter. Schaltet den Strom ein. Beeilung. Wir müssen euer Training beginnen, bevor etwas anderes passiert. Okay. Ich schlage vor. Gleichzeitig. Ich würde sagen, weiter. Ja. Na dann. Oh, falsch rum. Schon wieder. Mhm. Schrecklich. Fünf. Ja, nicht wirklich. Also, das ist jetzt die Frage. Und da steht Roboter. Oh, oh. Get flow. Juhu. Ja, hier konnte man so Dinger mitmachen, ne? Mhm, genau. So. Alles voll sauen. Wee, wee. Hm. Hm. Ach, ich hasse es. Was genau? Ich weiß nicht. Irgendwie mussten wir jetzt wieder hier Dingens finden. Ich habe einen Kubus gefunden. Ja, super. Dieses weiße Zeug ist irgendwie nicht meins. Da unten geht es verdammt tief runter. Dann guck nicht hin. Zu spät. Guck nicht nach unten. Da schau mal nicht hin. Da oben ist der Leiter. Auf der Seite kannst du was? Wo? Da oben ist der Leiter. Wie auch immer wir da hinkommen könnten. Also so eine Treppe halt. Ach so. Geländer. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, da durch die Tür im Normalfall. Ach so. So rum meinst du. Aber wie kommen wir denn... Da hin? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Da geht es schon. Ich klaue dir mal das Dingens. Nein. Oder auch nicht. Mal gucken, kommt da was raus? Nein, natürlich nicht. Warte. Warte. Aufgehängt. Nein, doch nicht. Aber was machen wir mit dem Würfel hier? Das reicht noch nicht. Keine Ahnung. Um ehrlich zu sein. Ich hätte gesagt, wir müssten hier einfach mehr... Dingens mehr Höhe kriegen. Hier oben ist noch ein Geländer. Das ist auch scheinbar schon die maximale Höhe. Verdammte Tat. Das reicht nicht, ne? Nö. Nö, nö, nö. Hm, 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 hm. Hm. Das... ist ja jetzt irgendwie ungünstig. Aber total. Aber... volle... Kanone. Quasi. Was kann man denn hier machen? Nix. Gehen wir hier durch? Nein, natürlich nicht. Hm. Hm, 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 hm. Hoppla. So. So. Ich komme mal. Ich bin oben Ja, nice Und jetzt? Kannst du wieder runter springen Viel Spaß Ah Hat was geholfen? Nö Aber ich denke mal, der Plan ist ganz gut Kann man dazu vielleicht was drauf machen? Ne, kann man nicht Könnten ja mal Kannst du da das, wo das Weil gelbe jetzt von mir ist, bitte mal das Dunkelblau oder was hinmachen Wir könnten hier doch wieder zurück Oh, das war nicht so knapp Äh Jetzt hab ich aber Angst So, jetzt haben wir die Roboter Eingesaut Ah, guck mal Da braucht man einen Kubus Aber den kriegen wir wohl gleich Ja, das denke ich auch Das sollte nicht das Problem sein So, jetzt hab ich wohl den Kubus Das ist der Kubus. Es ist erstaunlich, wie wenig so ein Mensch aushält und wie überaus lautstark sie das mitteilen. Lange Rede, kurzer Sinn, alle Menschen sind tot. Damit hängt alles an euch zwei Matschbirnen. Okay. Klingt fair. Wieso werden wir jetzt demontiert? Wir haben doch gar nichts repariert. Oder haben wir? Wir haben ja mal Strom angeschalten, aber dann sollte es ja angeblich immer noch nicht wirklich funktionieren. Felsam. Keine Ahnung. Ob es da einen Logikfehler in diesem Spiel gibt? Unwahrscheinlich. Unmöglich. Oh gut, ich wusste nicht, ob die der Montage funktioniert. Ah ja, klar. Die geheimnisvolle Frau im Prototyp-Häuser hat eine Botschaft für uns. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Wir testen weiter und beweisen so, dass wir auch keine Angst vor ihr haben. Egal wie tödlich diese Tests enden. Den finde ich cool. Bitte trinken Sie nicht aus der Toilette. Das finde ich irgendwie... Hervorragend. Ich glaube, du brauchst einen Kubus. Ich würde mal sagen, fang. Wo kommt denn einer? Hier. Hier. Hab ihn. Guter Mann. Und wo sollte... Ach, da ist ein Laser. Also, ein Laser in... Reintun-Dings quasi. Hm. Ich trau mich nicht, mich zu bewegen. Wie sieht das denn aus? Guck mal hoch. Ne, lass mal weg. Bitte. Dreh das Ding mal raus. Reicht. Was? Wie? Wo? Ich denke, wir werden beide hoch müssen. Aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Aber ich kann ja ein Portal machen. Wenn ich unten hier wollen... Hier unten gibt es aber keinen Eingang. Das ist das Problem. Wir müssten gleichzeitig hoch springen. Ah, deswegen wahrscheinlich auch zwei solche... Das hätte ich jetzt auch so gut betrachtet. Na dann. Vielleicht sollten... Du fliegst gerade runter, ne? Ja. Und zwar... Ah, okay. Na dann. Lass mal countern. Hatten wir hier nicht irgendwo so einen Countdown? Ja, auf F. Achso. Juhu. Oho. Komiker. Ich fand's lustig. Ach nee, super. Ja, lauf. Äh. Oho. Oho. Aha. Ähm. Pff. Hm. Ähm. Ich glaube, du musst nochmal runter. Oder ich muss nochmal runter. Einer von uns beiden muss nochmal runter. Ich bin dafür, der, der dieses Portal hier gemacht hat. Hm. Ja. Aber wie kommt der andere wieder hier hoch? Du brauchst da ein Portal und da ein Portal. Ja. Wo und wo? Da? Und da. Dass ich da gleich nachkommen kann. Ah. Ah. Jetzt hab ich's verstanden. Hallo. Hallo. Guckst du hier? Nicht durch. Hm. Da oben kann man Portale machen. Ja, schon gesehen. Aber dafür müssen wir erstmal einen... Dafür muss ich ja irgendwie des Dings abfangen. Hm. Ah, nein. Muss ich gar nicht. Und zwar... ...fauen wir das so. Und jetzt gehst du hoch und nimmst bitte dieses Ding wieder weg. Was nehm ich weg? Da, den Kubus. Okay. Weggenommen. Reinlassen. Oder auch nicht. Was jetzt wieder reintun? Ja. Ja, klar. Tada. Mission erfüllt. Jetzt weiß sie, dass wir auch keine Angst vor ihr haben. Das war nur eine Aufwärmübung. Der eigentliche Plan lautet, ich verwandle euch in Tötungsmaschinen, damit ihr sie töten könnt. Oh nein. Na, super. Ich will aber nicht töten. Nee, töten ist doof. Töten wird absolut überbewertet. So, so ist es also wieder. Der Ladebildschirm, der uns alle erfreut. Und du hebst voll.